Hallo und Willkommen zu einer neuen Runde von Trouble in Terrorist Town und zwar mit den übligen Verdächtigen, die da wären der bunte Hase, Hallo, der Reaper, Juhu, der Freaks, Guten Tag, und der Jojo, Hallo, jo, und ich natürlich, dann ja, lasst mal das Killen beginnen, oder? Natürlich, ja komm her, ich hab ne Piste, ich mach mich fertig. Nein. Hier liegen noch genug Waffen rum. Ich find keine. Hier liegen noch genug Waffen rum, bist ja witzig. Ah, ich möchte die Shotgun haben, die da in der Ecke drin liegt, die kommen aber nicht ran. Ich hab eine gefunden. Ach, das ist mir zu umständlich. Ich weiß, wo ich noch ne Shotgun bekomme. Oder gegen schießen, oder gegen hauen, dann fällt der jetzt wieder raus. Irgendjemand wurde hier gerade mit ner Shotgun erschossen, glaube ich. Nein, ich habe gegen ein Fenster geschossen, aber es ging nicht kaputt. Ja, komm ich denn hier rein ins Haus, man? Ja, ich hab's gesehen. E drücken. Durch die Türe? E drücken. Die gehen nicht auf hier. Ja, durch mal. What the? Bo. Au. Au. Da wurde anscheinend Rüb abgeschossen. Okay, was geht? Ey, Jojo. Was? Hast du gerade den Rüb abgeschossen? Nein, ich bin gerade durchs Fenster rein. Aber da drüben wurde gerade geschossen und der Rüber ist draufgegangen. Ergo ich bin's. Ja. Ergo du bist's. Komme ich jetzt hier wieder runter? Hier. Uah. Dieses Fenster ist nichts zum Durchschießen gedacht. Welcher Sack hat denn jetzt auf mich geschossen und von wo? Guck gleich mal, ich bin's. Ich habe gemerkt mit dem Fenster. Huch. Der ging jetzt auf mich. Freak, du Sau. Ich habe gar nichts gemacht. Hm, Heldgrip-Laste geschmissen. Genau gesehen, dass du die Waffe gewechselt hast, oben. Iiiiih, geht weg, ihr kleinen Dreckssicher. Die sind ja krass hässlich. So können die kaum leben. Wo ist denn jetzt hin, der eine da, der noch gelebt hat? Ach. Hockt die kleine Sau hinter der Tür. Auf dich zu bewegen. Watt. Lass doch nach. Also jetzt alle weg. Oh, da hocken wir. Da schießen wir doch viel. Alter Schwede. What? Und das nennt ihr Silenced? Äh, das ist... Nochmal, wir haben keine Silenced AWP. So, krass ist die laut. Wie schon ein paar Mal gesagt, es gibt keine Silenced AWP. Aber wer hat denn dich da drüber gelegt, Ruiper? Der Jojo. Der hat dich doch richtig kombiniert. Ja, Jojo und Freak waren es. Also Freak wusste ich, weil ich habe gesehen, oben, er hat was gewechselt, er hat nicht mehr die Shotgun gehabt. Da haben plötzlich Headcrapen nach unten. Aber da muss ich dazu sagen, da habe ich zur Diegel gewechselt, habe mir der Diegel ins Fenster geschossen. Also das war's nicht. Also ich hab's gesehen, wie du denn da unten den Headcrap vor die Füße gepfeffert hast. Also bitte. Ja, ja, ich war's ja auch letzten Endes. Das ist ja... Ne? Nur die Kombination hat nicht so ganz gestimmt. Wieso? Aber Reaper, du hast mich wirklich erschreckt. Ich wollte dich gar nicht töten. Du machst auf einmal so Buh und den habe ich abgedrückt. Also Fakt ist, ich habe ja immer wieder Skates gerade ausgepackt. Das ist unglaublich. Ach, endlich habe ich die Diegel. Wow. Wow, wow. Jojo, die Diegel ist rum. Geh weg. Ja, ich raus. Da war noch einer im Schrank. Ich wollte die für die Karp. Oh, das ist die. Okay, der Reaper mit der Diegel im Schrank. Ganz normales Bild. Von M16 zu M16. Ja, super. Okay, die Fenster halten eine Menge aus. Ich sterbe mich der bunte Hase. Das muss man gleich wieder übersprühen. Wo bist du? Ich will mitsprühen. Ich glaube, ich habe einen neuen Stil. Nein, ich treue mich nicht. Nein, ich habe immer noch dasselbe drin. Ich habe das doch geändert letztens. Ach so, ich habe hier wieder zurück geändert. Ist er ein Drache auf der Huge oder was? Ja, ähm. Wow. Reaper? Jojo schon wieder. Kennst du schon die Geheimwege? Oder nee, Athea ist der bunte Hase. Geh weg, geh weg, geh weg mit deiner Shotgun. Ich kann vertrauen in dich. Athea, es gibt hier gewisse Geheimwege. Willst du die mal sehen? Einen durch den Grab durch, ich weiß. Nein, 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 nicht Grab. Komm mal zum Grab. Ich zeig dir dann die anderen. Ja klar, dann schießt du mich ab, oder? Reaper hat auf mich getroffen. Ich habe dich gar nicht getroffen. Trotzdem hast du mir Angst gemacht. Geht ihr eigentlich irgendwo nach oben? Wie nach oben? Ja, draußen liegen hoch. Ja, du kannst da hoch auf den Balkon, aber mehr auch nicht. Du bist der bunte Hase. Ja, ich will Athea den Weg zeigen, wenn er mir einfach trauen würde. Da, Athea. Uah, komm, hau ab. Kuckuck, komm mal mit. Hier. Ich, es ist mir auch egal, ob du kennst, ich habe wirklich ein Schwert. Ich zeig's dir. Hey, hau ab. Hey, was ist das denn jetzt hier? Athea. Egal, dann geh ich halt selber in den Geheimgang. Mann, 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 Mann. Wo bist du denn jetzt hin? Ja, wuhu. Da unten. So eine Schweine, wa? Athea, hau ab. Okay, jemand hat gerade eine Leiche runter entsorgt, eine Inno-Leiche. Den Reafer hat er entsorgt. Okay. Hau ab. Reafer? Lass mich hier raus. Einer hat gerade eine Leiche entsorgt, dann war es der Hase. Nee, ich war hier oben. Der war der Einzige, der hier drin war. Ja, ich habe gerade... Alter, Reafer! Okay, Reafer ist great, der hat einen Deathfaker benutzt. Okay. Das nennt sich Deathringer. Oder Winger, sorry. Aber, ah, okay, kapiert. Er ist immer noch nicht tot, er ist wieder im Deathringer. Lass doch die Tür zu, dann weißt du doch, zack. Ja, er kann aber auch durchs Fenster raus, nur mal so. Ja, ich kann es nur nicht ab, wenn der hier mitten auf dem Flur auf einmal steht. Hey, das geht ab und jetzt bin ich alleine mit dir. Vorsicht, ich werfe eine Inno. Hase, warum hast du keine Waffe in der Hand? Ich habe eine Waffe. Du hast nur bei mir nur... Guck, guck da. Ach, da, ja. Guck. An deinem Sack. Okay, der bunte Hase und Reaper sind es. Athea. Ja, also Reaper auf jeden Fall, genau. Ja, und der bunte Hase hat, glaube ich, gerade Freaks umgebracht. Wenn das jetzt hier der... Ja, okay, Freaks, das Inno. Okay, dann ist der bunte Hase und Reaper. Ich glaube, der Reaper ist unten in dem Grab verschwunden. Liebst du noch, Athea? Ich lebe noch, ja. Ja, ich will nur wissen, ob noch mein Partner lebt, weil ich habe selber kaum noch leben. Ah, Reaper ist confirmed dead. Ah, okay, dann ist er tot, denn es ist der bunte Hase nur noch. Okay. Dann habe ich ihn vielleicht doch getötet. Da ist er. Er ist hinten bei diesem kleinen Stall. Ah, okay. Sorry, Hase, das war ein Mega-Fail von mir. Ich kam da unten nicht mehr raus und habe genau den Weg gefunden, wo du ohnehin über mir saß. Ja, es gibt nur so zu sagen einen Weg. Ja, bei mir sah das aus, als wenn du nur eine Faust gemacht hättest. Sorry. Ja, genau. Ich musste aber selber lachen. Sieh aber auch die ganze Zeit alle aufeinander. Ich hatte keinen freien Schuss. Oh, Puhu. Ja, aber da kannst du nach links und rechts und dann wirst du an verschiedene Stellen im Haus geportet. Oh, was haben wir denn hier für einen interessanten Raum? Einen riesen Haufen Munition. Ja, das ist das Munitionslager und da hinten in der Ecke diese Wand, die kannst du aufmachen. Ich habe die gerade aufgemacht. Ah, ich sehe es. Okay, alles klar. Und da kannst du dann halt runter und nach links und rechts gibt es dann, glaube ich, noch Gänge. Wenn ich sterbe, ist es Athea. Nein, sorry, ich bin kein Terrorist. Also von daher wirst du jetzt für mich nicht sterben. Das ist die Falschaussage. Wir sind alles Terroristen. Und die einen ist heftiger als die anderen. Ich bin kein Terrorist. Nein, die einen sind Verräter und die anderen sind unberührt oder so. Genau. Oder noch rein. Ja, so mit rein würde ich jetzt nicht gerade sagen. Ja, innocent ist eigentlich übersetzt, glaube ich, soweit heißt rein oder unschuldig. Unschuldig. Ja, aber trotzdem, ihr seid weder unschuldig noch rein. Na, komm noch runter, Hase. Kuckuck. Da liegt die Schu-Kuckuck. Ich habe die Schu-Kuckuck. Böö. Was willst du hier? Geh weg. Freak pinselt schon wieder überall sein Logo dran. Hehehe. Alles übersprühen. Hehehe. Ich mache alles ein Fenster kaputt. Ja, ich wollte schon sagen. Wir machen hier gerade Krach. Hier draußen am Grab liegt eine Insie oder ist eine Insie geworfen worden? Das Grab ist offen. Irgendjemand ist im Grab drin. Wo bist du denn, Reaper? Beim Grab wahrscheinlich, ne? Wenn er sagt, dass das Grab offen ist, glaube ich mal, ja. Ja, aber ich habe die Insie auch gesehen. Das Bild vom bunten Hasen ist dominanter als meins. Ich möchte nicht leben. So ein Pech. Wer ist das? Athea. Hau ab. Mann, sei nicht so nervös. Du bist ja gerade. Äh, ich würde mal sagen, der... Athea ist es. Äh, ich habe überhaupt keinen einzigen Schuss abgefeuert. Äh, ja, das brauchst du nicht mal. Hier kam mir gerade eine shotgun entgegen. Ich glaube, ich bin alleine mit Athea. Hey. Der Jojo hat einfach so auf mich geschossen. Und vorhin hatte ich nämlich nicht geschossen. Also ich habe da mit den Tod von Freaks nichts zu tun. Ja, und warum tust du dann den Jojo nicht konfirmen? Weil ich abgehauen bin. Weil ich feiglich bin. Jojo ist innocent, okay. Aber der hat zuerst noch nicht geschossen. Also von daher, da kann ich nichts dafür. Nee, dann wäre die Leiche schon nix weg. Athea hat auf mich geschossen. Und ist Traitor. Versuch es gar nicht, er! Shit, ich habe die nicht gescheit getroffen. Nein! Warum nutzt ihr nicht die Meertyrer-Granate, ey? Das ist doch... Ich wollte eigentlich... Wenn ich ein Traitor-Shop bin, finde ich eh zurzeit irgendwie Sachen, die keinen Spaß machen. Ich darf den Poison nicht benutzen. Der Mollo ist weg. Die Sturikens machen keinen Schaden. Das Knife ist kein One-Hit. Hör ich da in mir, Mimimi? Du bist der armer Mensch. Also, absolut. Reaper, eigentlich wollte ich ja zu dir kommen. Deswegen habe ich ja gefragt, wo du bist. Weil, sobald du nämlich innocent bist, fängst du an, dich für die Umgebung zu interessieren. Hier hat irgendwer eine Inzi geworfen, bla bla bla. Das mache ich die ganze Zeit schon. Nee, wenn du Traitor bist, bist du da ganz verhalten in der Hinsicht. Also, ich... Interessant. Die ein oder andere Runde habe ich jetzt schon mit dir gespielt. Ey! Ich hätte mich bei dir jetzt in Sicherheit gewogen. Ihr habt ja beide Traitor erledigt, also. Ja, ist schon wieder, Inno. Wow! Ich bin auch, Inno. Hallo, bunter Hase. Machst du mal hier mal wieder auf die Fenster alle kaputt, oder wie? Ja, ja. Nicht besser als zu tun. Wahlzeit. Ja. So, jetzt noch etwas mit mehr Durchschlagskraft, wenn ich schlecht als Primärwaffe, und dann bin ich glücklich. Bin ruhig. Alter! Ich schieße doch nur aufs Glas. Ja, ist klar. Das Glück gehabt, dass ich jetzt nicht so wirklich getroffen habe. Oh, Freak, hallo! Wo? Hey! Der wirft mir ne... Da sitzt ein Jojo in der Ecke. Waren wir gerade im Traitor-Shop? Nein. Äh, eine Frage. Blendgranate ist doch Traitor-Item, oder? Flashbang. Ja. Flashbang. Flashbang, dann ist Freaks der Traitor. Der hat mir gerade ne Flashbang vor die Füße geworfen. Papa la Papa, erzähl nicht so'n Müll. Ja, ja, doch, ganz ehrlich. Ich muss kurz was klären. Ja, Freaks ist das, Freaks ist das! Ja, das würde man sagen, jetzt bist du mal tot. Das ist aber nur so ne wilde Vermutung. Okay, Freaks, komm her. Das ist der Jojo. Ey, wir hatten jetzt aufm Jojo geschossen, oder was war jetzt das? Aua, ich hab mal 86 Leben. Ist doch nicht fair. Okay, hier liegt ne unidentifizierte Leiche. Ich muss mal identifizieren. Na na na, na na na. Wer bist du? Der Rieber. Mit die Hände erschrocken nach hinten geworfen. Höch, höch. Der hat aber auch erschrocken geguckt. Guck dir die Hände an, die sind, hier, ich drehe mich weg. Das ist richtig schön erschrocken. Okay, Freaks hat der... Nice, Schatz! Ok, Confirm Death Fricks hat Deathring aktiviert Er ist Confirm Death Ok Ja, jetzt ist es ob der oder Jojo Ich hab grad auf Fricks geschossen, also bin ich's nicht Ich bin's nicht Und wieso? Weil ich's kann Das ist für mich keine Erklärung Ok, einer von euch ist es Ich lauf jetzt die ganze Zeit hinter dir her Und hab dich nicht abgeknarrt Plus du? Ok Mhm Uh, da ist was in die Luft gegangen Ja, da hat jemand ne Incidery Jojo ist da, Jojo Jojo schießt Schießt auf mich Ich hab's gehört Gut Guten Hunger Na komm raus, wenn du dich getraust Das musst du gerade sagen Zeit spielt für mich Oh leider Na komm, nicht campen, komm Komm, komm raus Sowas Sowas was ich wirklich mir von dir anhören lasse Wow Wo bist du? Sei wenigstens fair und sag's Ist klar Ja Ja, nice Ist klar Ähm, wie meintest du eigentlich Mit dem Skill Shot Was meintest du da vorhin? Du hast zuerst Freak mit einem supergeilen Shot dahin gehämmert Wo ich dann gedacht hätte, ach scheiß die Runde ist schon vorbei Und dann, oh ne ist sie doch nicht Und dann, äh Bist du, äh, mega failmäßig da abgekackt Jojo Ja, ja Aber ich bin in den Dead Ringer gewechselt Und du hast mich danach genau nochmal in den Kopf getroffen Echt? Ja Ja Vor allem, was ich auch noch so witzig finde Ich hab ihn einfach mal in den Kopf geschossen Blut hängt auch dahinter Aber dann seh ich, er hat gar kein Leben verloren Und lebt noch Also ich hab 49 Leben noch am Schluss gehabt Nein, nicht du, nicht du, nicht du Hier, äh Athea Deswegen musste ich mir den Juggernaut holen Ey Aber Reaper, ich hab eben mal geguckt nach deiner komischen Märtyrergranate Die hab ich nicht gefunden Ja, ich auch nicht Äh, zäh Dritte Symbol auf der linken Seite von oben Ja, aber ich hab auch durchgeguckt Rat mir, warum ich da oben gehockt hab Sieht aus wie ne Maul, wie so ne Hand Ja, guck ich beim nächsten Mal Ja Ja Er wollte grad sagen, diese Runde, aber Nee, nee Ich hab so'n Das, das sieht aus wie so'n So'n blauer, blauer Hintergrund Rote, äh Roter Kreis Und ich glaub ne Granate oder ne Hand Oder irgendwas Sieh, siehste grade sagste, ja Ja, ha, ha, ha Er kennt auf einmal das komplette Traitor Inventan Okay, auf mich hat jemand geschossen Ich hab nur das Fenster aufgeschossen Ja, ja, ja Warum schießt der eigentlich immer das Fenster auf, wenn ich genau dahinter stehe Pass auf, du weißt doch ganz genau, dass wir zusammen Traitor sind Sind seitиком Wenn jetzt drin Der weeper Ose dass es Reaper war und der Athea ist es auch noch hilf mir ok da guck au au toll jetzt ist es noch 2 zu 1 super sehr geil direkt auf Entfernung ist eine sehr schlechte ja wie ich hab dich getroffen ey Reapers sind nicht geiler Wurscht das Fadenkreuz ist irgendwie total weit unten ja ich hatte nur noch ich weiß nicht 7 Hitpoints oder sowas ach und Jojo ich schieße doch nicht auf dich wir sind doch immer zusammen Traitor hehehe ich hab mir grad einen Defi gekauft um Reaper wieder aufzuwecken ja da hat der Bunte hat sich bei Reaper hingehockt ja das war blöd der war da in der Nähe und ich hatte nur noch einen Fall ja mit der Mc10 ist das auch zum Kotzen da kommst du da nicht weit wegen meiner scheiß Glocke ich will die Diege die auf dem Tisch liegt im Gewächshaus hehehe also ich muss sagen die Diege passt mir immer mehr weil ich habe schon zweimal dank der gewonnen hehehe ich benutze sie auch total gerne mit CSGO die Diege ist auch aktuell tödlich tödlich gut ich hab sie damals in als ich Counter Strike noch richtig aktiv gespielt habe da ging das richtig böse ab mit dem Ding ja ich fang es jetzt grad an mal aktiv zu spielen weil ein Freund meinte ich soll jetzt endlich mal mit ihm zusammenspielen weil ich immer weil ich immer rumgemäckert habe dass das so scheiße ist und alle aimwäckern und alle aimwäckern haben komm sonst schieß ich dir wieder in den Rücken ha 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 also ich bin Inno oh wer hat denn hier die Shotgun geklaut menschen ich hab ne Rifle kann ich die haben was hast du denn ne Shotgun ok wollen wir tauschen ja wir treffen uns bei da schießt dann wer ich hab zu uns dann geputzt geschossen beim Stall wir treffen uns beim Stall ich bin beim Stall ok ich vertreu jetzt mal wenn jetzt beim Stall gleich ne Leiche liegt dann müssen wir bescheid so ne wir haben die Waffe noch das hat sogar geklappt ja gleichzeitig auch noch wir lachen ja gleichzeitig fallen Jojo ist dann schon mal Traitor und wer war der andere jetzt? ich glaube der Arschler oder? Freaks ne der freaks war der Arschler, genau willst du mich jetzt erarschen? ja wenn ihr zwei euch einfach so die Waffen tauscht dann seid ihr dann hä sind doch alle hier gewesen ja 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 was hast du jetzt da gerade gemacht Jojo? what the hell? da hat jemand ein Giftgas im Keller gezündet ja das war Jojo das war Jojo Jojo gezündet sag doch Jojo's Traitor ok wow Jojo Jojo und Freak 100 Kro hier liegt irgendwer war das wirklich Jojo der die Granate geworfen hat? ja er schießt auf mich hab ihn gleich er läuft zum Stall jo tot erst mal weg wow hey kam grad hinter dir an ey ja ich hab echt gedacht dass er immer noch hinter mir steht und mir jetzt mal den Rücken freihält nö er läuft irgendwo hinterm Stall rum ja er Reaper durfte doch mich nicht gleich sehen man ne hast du mit der Silence geschossen oder was? normale ok man hat keinen Schuss gerät äh Reaper ich wollt mir grad diese Märtyrergranate kaufen mit der normalen gekillt ich find die immer noch nicht drittes Symbol hab ich ja hab ich gemacht aber dann war die nicht in meinem Inventar die ist auch nicht in deinem Inventar die musst du einfach nur kaufen und dann sobald du dann stürmst machst du dir so ach so deswegen hat er auch gesagt ich hab die schon already und so ich muss nicht nimmst was anderes als ne Mac haben ey fix nochmal deswegen bin ich ja auch erstmal vom Dings weggelaufen vom Jojo weil ich mir gedacht hab alles klar jetzt hast du denen erklärt wo die Märtyrer ist jetzt hat er sie bestimmt gekauft geh mal lieber erstmal ach so äh was wollt ich was sagen nö ich hab mir lieber mal das die Rauchgranate geholt das ist kein Giftgas das hab ich auch zuerst gedacht nicht? dann hat Reaper aber meine Träume zerstört könnte die letzte Runde sein übrigens ne was schon? 25 Minuten haben wir oh das ging aber schnell hallo bunter Hase lauf nur weiter ja ja ist ja gut fix es uns zu Shotgun lauf jetzt hier hinterher du läufst mir hinterher? ja das mach ich aber nicht dass du mir hinterher läufst wie ein kleiner Hase ja das ist nicht wie ein kleiner Hase sondern wie ein großer Fuchs Traitor Kollege kannst du den mal bitte abschießen? der nervt ok Aki sagt das sei Traitor ok KOS Grund oder nicht? reaper 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 ge weg reaper misch geh doch schon g mit Gott aber g ne mit dem geh ich nicht Boah, wie viel Schuss hält denn die scheiß Scheibe aus? Drei Hehehe Er hat vier oder fünf Digelschüsse reingeballert Lalala Oh, da ist ein Athea Ja, ja Ein wildes Bin immer noch innocent, auch wenn ein bunter Hase mir nicht glaubt Alter Ok, wer hat da jetzt geschossen? Das war ein Freak, der auch gesagt hat Ja, Freak ist Inno Könnten es ja eigentlich nur noch der bunte Hase und der Jojo sein Nein, ich bin es nicht Ja, ich auch nicht, ich hätte dich auch töten können Reaper, als du weggegangen bist Ja, Athea war gerade direkt hinter mir, als ich da hingelaufen bin zum Freak, um zu gucken, wer den erschossen hat, also Er war es nicht Und wieso kannst du es nicht sein? Weil ich bei Athea war und er ist bei mir Der bunte Hase ist bei mir Der bunte Hase ist bei mir Hör ab Jojo Der geht doch selber weg Wer kommt da? Freak, Athea Geht weiter Geht weiter Ich habe das Gefühl, er wird in letzter Zeit nie Trait Also jetzt letzte Runde auf jeden Fall Ich habe mich auf jeden Fall getroffen Hey, ne, 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 ne Du, wenn du mich getroffen hast, wärst du auch draufgegangen, ich habe die Märzweilerbombe Ja, ach ne, du ach? Ich möchte niemals wieder jemanden in diesem Spiel töten Hehehe! Hehehe Da schuldig doch einmal nimm die Waxhaus, das mag ich Hey! He Ich nehme die Tühe auf! Hey, ey 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 ey, ich wollte die Tühe auch aufmachen Ok, da ballert einer mit einer Meck rum. Ok, da ballert jemand mit was anderem rum. Das ist ne huge. Also scheiße. Ok, jetzt bin ich inno. Ja, ich auch. Hallo Ripper, bin hinter dir. Äh, hau ab, ey, ich hab nur ne huge. Ich will was schießen. Ich bin da. Gut, ich hab ne Schaden. Der bunte Hase ist gestorben. Ist der jetzt schon tot? Ich bin nicht gestorben, aber da hat's was hingeworfen. Ja, da hat einer den Insti nach dir geworfen, ich seh's. Wer macht denn so was? Haha, ich glaub mir, Jojo ist das. Ey, wieso wird denn gleich... Ich hab eben nix geworfen. Hallo Jojo. Ich bin direkt hinter dir. Ja, der bunte Hase hat auch grad auf mich geschossen. Nein, das war halt Athea. Was hast du da in der Hand? Was hast du da in der Hand? Ich hab ne Diegel in der Hand. Und was hast du ne Diegel? Die hängt im Bauch bei ihm. Geht weg von mir, geht weg von mir. WTF, wo kommst du her? Hier sind jetzt alle. Freak. Alles gut. Ja, jala 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 jala. Ja, jala jala jala! Ich hab das Fenster kaputt gemacht! Ich hab das Fenster kaputt gemacht! Geh weg. Geh weg. Geh weg. Äh, warst du nicht grad noch da, rechts? Ne, das hatte ja... weg die Weckensteuer nicht auf der Pflicht in die Ecke und er sagt die weg ich glaube irgendjemand hat ein Klocking Device an ein Watt für den Ding Unsichtbarkeit Klocking Device auch rät doch Deutsch mit mir ja das Ding heißt Klocking Device das ist aber kein deutsches Wort mit Deutsch und nicht als Deutsch Oh, jetzt bin ich hier wieder im Magazin sozusagen Wow, what the fuck Ich bin im Haus, dem Atea, hier Atea, ich bin neben dir, guck Der Munterhase kommt da gerade weg, ja? Ja und der ist neben mir eingeschlagen Und der hatte gerade nur ne Pistil im Anschlag, der hatte gerade nur ne Pistil in der Hand Ich hab's genau gesehen Ja, der war um mich, glaub ich, gezielt Was ist das zu erzählen? Der liegt dahinten Ja Atea, der liegt dahinten, der ist doch nicht Geh weg! Ah! Okay Ah! Ich hab nur ne Ah! Ey, wieso? Danke! Ja, super, 75 Leben Ja, hast du noch ein paar Leben? Was? Aber irgendetwas hat ihn hier so gegriffen Ja, irgendwas Von der Antrage Und wo ist er jetzt? Der Hase schießt, oder nicht? Wo ist die Leiche? Wo ist die Leiche von Reaper? Rat nur, wonach ich gerade suche, aber ich gehe hier nicht hin, weil der Headcrabs-Launzer schrumprennt Die sieht man hier nicht, ist das? Ah, dann warst du Reaper! Dann hat der Deathfaker drinne! Der Reaper ist es! Obwohl, ne, Reaper heißt bei mir Confirmed Dead Wo ist er denn? Hä, Confirmed Dead? Hä? Bei mir ist er ganz normal in der Liste mit drin noch Ja, bei mir auch Ja, bei mir auch Wenn ich Tab drücke, hab ich den auch schon gesagt Ja, da ist er bei mir ganz normal drin Ja, dann bist du's doch Volatär, du bist doch sonst auch mit Reaper Traitor Ich bin eh noch's Ey, du, geh weg! Geh weg! Ey, ey! Ich bin nicht Jojo Lass mich doch jetzt einfach hier lang gehen, hau doch einfach ab, Alter! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Ey! 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 Geh weg! Keine Munition! Ich halte mich, bist du tot! Ich halte mich da lieber raus! Ich hab nur noch 75 Leben! Okay, wer ballert da? So, da war noch ein Deathrifler und eine Meteor-Granate Der Freak war ein Traitor So, wer hat noch auf... Wegen dem Deathranger am Schluss Du hast ja auf mich geschossen in der letzten Runde Deswegen stehe ich als Confirmed Dead noch drin Aber... Aber... Ich lebe noch und ich habe Freak erschossen Und wer hat noch auf Freak geschossen? Ich habe noch auf Freak geschossen Ich habe auf Freak geschossen Au! Also es ist bunter Hase und ich... Komm für... Und was ist das mit mir? Der bunte Hase hat mich angeschossen und ich habe noch 75 Leben Das habe ich nicht gesehen Oh! Da ist ein Headcrap-Launcher! Geh weg! Da stirb! Wie ein Mann! Okay, da hinten ist noch einer Wir haben einen Traitor tot! Wieso werden auf denen so süße kleine Schildkröten? Ist doch so! Da liegt noch ein Toter? Da werden süße kleine Schildkröten raus Arthea ist tot! Ja! Jojo! Bunter Hase! Ihr könnt euch duellieren! Ja! Das hat ja einen schönen Vorteil! Scheiße! Crap! Ich such den bunten Hasen! Du meinst doch, wir sollen uns duellieren! Jaja! Weil ich bin definitiv Inno! Ich lese es nämlich unten! Medition! 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 Tür! Der mir jetzt in den Rücken schießt, ne? Schon längst weg von dir! Und das ist der bunte Hase! Wer hat denn dann bitteschön auf Free geschossen gehabt? Oder ist der andere dann... Ist Arthea schon vorher gestoppt? Keine Ahnung! Ich glaube, Freak ist tot! Freak ist tot! Den habe ich selbst erschossen und hat sich danach mit der Märtyrergranate in die Luft gejagt! Wo ich es zum Glück noch gesehen habe, rechtzeitig! Sieht man? Jaja, du siehst dann aus der Leiche so eine Granate rausrollen! Ist nicht ein bisschen ironisch! Ich dachte, damit könnte man dann so seine Überreste weglassen! Vorsicht, Headpad! Wo, wo, wo! Jajaja, sollen sie mal! Hätte ich die Viecher... Einfach! Joino! Ja! Nein, du checkst es einfach nicht über den Hase! Jawoll! Ich habe die Leiche vom bunten Hase nicht gesehen! Ja, der lange hinten in der Ecke! Ich habe die ganze Ecke hinten! Und Reaper! Der Hase hat mich erschossen! Ne, ich habe dich erschossen! Ne, der Hase hat den Kill bekommen! Ich sag dazu nur eins, ich habe ein Leben! Jadi! Sch스�ene! Vielen Dank fürs Zuschauen! Ciao! Ciao!